Seid gegrüßt und willkommen zu meinem neuen Video. Heute stelle ich euch dieses Messer hier vor. Das Böker Magnum Alpha Kilo. Karambit-Springmesser mit Federunterstützung. Ja, das gute Stück kostet 21,10 Euro mit Gratis-Versand. Zwei gibt es noch. Und ja, Gesamtlänge 17 cm, Klingenlänge 7 cm, Klingenstärke 2,7 mm, Gewicht 116 g und es besteht aus 440er Stahl. Griffmaterial ist G10. Die Bewertungen, zwei 5 Sterne und eine 4 Sterne, gute Qualität zum kleinen Preis und so weiter, ist in der Beschreibung verlinkt, falls ihr euch dafür interessiert. Nun stelle ich euch das gute Stück jetzt vor. Es wurde sich übrigens von einem Zuschauer von euch gewünscht. Ja, gute alte Magnum-Verpackung, immer wieder in der Alubox. Dann die Anleitung-Garantie. Ne, die Anleitung, das sind nur die Garantiezettel. Und das Messer in der Hülle. Ja, Geschenkverpackung wie immer, schön. So, hier haben wir das schöne Stück. Im Vergleich mit meiner relativ großen Hand, also bei Handschuhen etc. habe ich immer die Größe XL. Sieht es so aus. Also ich muss sagen, mir gefällt es. Es wirkt groß. Also, vor allem hoch. Im Vergleich zu einem anderen Messer. Wartet mal. Ich nehme jetzt mal so ein klassisches Messer, zum Beispiel das Schweizer Taschenmesser. Das ist ja schon ziemlich groß. Oder ein eher schmales Messer. Sieht man da auch schon den Unterschied, wie hoch das hier ist. Es ist nicht wirklich schwer. Ganz im Gegenteil. Es ist sogar viel leichter als die anderen, die ich gerade gezeigt habe. Aber es ist sehr hoch. Was aber nicht schlimm ist. Es ist ziemlich flach. Vor allem, wenn man diesen Gürtelclip abmacht hier. Der ziemlich weich ist. Also nicht sehr starr. Dann passt es gut in jede Tasche. Wobei das mit Türen in Deutschland ja nicht erlaubt ist. Wegen Federunterstützung und so. Ja. Es wirkt wirklich gut verarbeitet, weil dieser Stahl, der verwendet wurde, dieser Edelstahl, völlig unbehandelt ist. Gefällt mir sehr gut. Aus der Nähe betrachtet sind ein paar Fingerabdrücke zu erkennen. Was aber kein Problem jetzt ist. Die kann man ja wieder abwischen. Der Klinge steht im Magnum bei Böker. Diese spiegelt ziemlich stark. Also poliert ist es nicht. Es ist eher gebürstet. Was man ja hier erkennen kann. Dann haben wir dieser Höcker hier vorne auf der Spitze. Dann dieser halbmäßige Sägeschliff hier oben. Es gibt richtig schön Grip überall. Schön. 440A steht nochmal hier. Wie gesagt, der Clip, der natürlich abnehmbar ist. Dieses G10-Griffmaterial gefällt mir übrigens sehr gut. Das ist ein Kunststoff, ja. Wirkt ein bisschen faserig, so wie Kohlefaser. Ist sehr leicht und fühlt sich hervorragend an. Sehr, sehr schön. Ja, finde ich jetzt praktischer als Holz oder ähnliches, weil der auch widderungsbeständig ist. Wird von diesen Tux-Schrauben zusammengehalten. Und am Ende findet man natürlich den Ring. Der besteht im Prinzip aus diesen zwei Platten, die mit zwei Schrauben zusammengehalten werden. Hier könnte noch eine sein, aber es biegt sich kaum durch. Der Stahl ziemlich dick ist. Sehr schön gemacht. Dann mit Liner-Lock, also das ist natürlich eine Feststellklinge, müssen wir dann nach links drücken, um das Ganze wieder einzubekommen. Ja, im Normalzustand sieht es so aus. Dann kann man es entweder so öffnen, wie ich es vor uns gemacht habe. Oder man drückt einfach hinten drauf und das Ganze schnappt wunderbar auf. Geht es auch mit einer Hand? Ja, es geht alles mit einer Hand. Schön. Ähm. Ja. Was soll ich dazu noch sagen? Was ja immer bemängelt wird. Arretierung und wertige Verarbeitung und so. Wenn wir die Klinge jetzt hier ansehen. Nein. Ganz in der Mitte ist sie nicht. Das wäre dann hier. Aber, hört mal hin. Hier eckt auch nichts an oder schleift oder ähnliches. Bei einem Preis von ungefähr 20 Euro ist das absolut normal. Ich weiß nicht, was man da schon wieder zu mängeln hat, weil ich das ja bei den negativen Bewertungen immer lese. Dieses Messer ist natürlich nicht zu hundertprozentig perfekt verarbeitet, was aber auch normal ist. Wenn man sowas will, dann muss man noch einen Null beim Preis dranhängen. Aber dieses Messer sieht auf jeden Fall schön und wertig aus. Vor allem vom verwendeten Stahl her und dem Griffmaterial. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Andere Materialien gibt es ja eigentlich gar nicht, weil ja sonst nur die Schrauben hier vorhanden sind. Und naja, der Clip, der zählt für mich nicht mit. So, auf den ersten Eindruck und so, sehr schön. Habe ich nichts wirklich dran zu meckern. Schauen wir mal, wie scharf es ist. Ich habe es jetzt ja gerade wirklich ausgepackt. Es ist nagelneu. Und ich bin sehr beeindruckt. Das ist wirklich eines der schärfsten Messer, die ich je überhaupt hatte. Ich meine, das zieht so geil durch. Da muss man absolut nichts machen. Ja, ihr seht es selber. Note 1, was die Schärfe angeht. Spitze ist auch schön. Ja, gefällt mir auf jeden Fall. Gucken wir doch mal, wie es mit der, ja, wie soll ich sagen, wissen, wie ich es jetzt bezeichnen soll. Wie es einfach hier durch dieses Material zum Beispiel durchgeht. Ich brauche die Verpackung nicht, deswegen teste ich es einfach mal hier. Es ging jetzt. Ich habe nicht zu doll aufdrücken müssen. Die Klinge glied relativ leicht durch das Aluminium. Mal sehen, ob sie noch scharf ist an der Spitze. Ja, ja, nicht mehr ganz. Na doch. Schneidet immer noch wunderbar. Also wie ihr seht, kann es auch das Aluminium schneiden. Und jetzt. An der Spitze bleibt es immer hängen. Okay. Jetzt habe ich es wohl doch etwas abgestumpft. Wobei es immer noch schneidet. Auf jeden Fall, top Leistung. War ich wirklich etwas beeindruckt. Ja, ähm, zum Thema Karambit an sich, wie man es jetzt verwendet und so, bin ich kein Profi. So heißt das Karambit falsch. Ja, ich habe da keine Ahnung. Und ein Mist. Hält sich jedenfalls so auch sehr schön in der Hand. Und ist auch als normales Messer relativ gut zu gebrauchen. Weil die Klinge nicht zu übertrieben Karambit mäßig gemacht wurde. Ja. Ne? Ja. Schickes Messer, welches sein Geld definitiv wert ist. Ich würde es weiterempfehlen. Vielen Dank fürs Anschauen dieses Videos. Messer ist in der Beschreibung verlinkt. Und danke fürs Ansehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Max Herzberg.